Wer sind die fünf reichsten Politiker in der FDP? Auf dem letzten Platz der Liste steht Frank Schäffler. Sein geschätztes Vermögen beträgt etwa eine Million Euro und sein jährliches Einkommen liegt bei rund 100.000 Euro. Er besitzt keine nennenswerten Immobilien und fährt einen Volkswagen Passat. Bettina Stark-Watzinger folgt auf der Liste. Ihr Vermögen wird auf etwa 3 Millionen Euro geschätzt. Sie erzielt ein jährliches Einkommen von ungefähr 120.000 Euro und besitzt eine Eigentumswohnung in Frankfurt sowie ein kleines Ferienhaus. Ihr Auto ist ein Audi A4. Auf Platz 3 finden wir Alexander Graf Lambsdorff. Sein geschätztes Vermögen liegt bei rund 5 Millionen Euro und sein jährliches Einkommen beträgt etwa 150.000 Euro. Lambsdorff besitzt mehrere Wohnungen, darunter eine größere Immobilie in Düsseldorf. Neben einem BMW X5 hat er auch weitere Fahrzeuge in seiner Sammlung. Christian Lindner belegt den vierten Platz. Sein Vermögen beträgt etwa 10 Millionen Euro und er erzielt ein jährliches Einkommen von rund 200.000 Euro. Er besitzt eine Villa in Köln und ein Ferienhaus an der Ostsee. Neben einem Porsche Panamera fährt er auch andere Autos. Den ersten Platz der reichsten FDP-Politiker nimmt Wolfgang Kubicki ein. Sein Vermögen wird auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt und sein jährliches Einkommen beträgt etwa 250.000 Euro. Kubicki besitzt mehrere luxuriöse Immobilien, darunter ein großes Anwesen in Hamburg und eine Villa an der Nordsee. Neben einer Mercedes-Benz S-Klasse gehört auch eine weitere Fahrzeugflotte zu seinem Besitz.